damit recht herzlich willkommen zurück zu mindfaction 2 mit der christina hallo ja wir haben heute vieles vor mal sehen was wir davon alles schaffen und wir auf den server ich will mich unter anderem mit meinem lagerhaus weiter beschäftigen ich stehe ja überall schon obwohl ich überall geht das total ist ja war fleißig ja nämlich schon okay sie hat symmetrisch gemacht das praktisch jetzt ja genau da sollte ein zweck genommen oben muss noch ein glas rein das dach sieht noch nicht fertig aus das dach ist auch noch nicht fertig ich wollte erst mal dass es so ein bisschen ausgerechnet ist einigermaßen deswegen habe ich die ganzen bloß dort unten rein gehabt und hier oben ja so ist eigentlich ein crafting herbe ich habe sogar einen in der hand war einfach mal hier stück aber ich habe noch wäldchen in der hand ich habe dir den mal zugeworfen ich laufe mal hoch zu smelterie weil ich habe bloß noch im inventar habe ich einfach meinen hierhin hierhin das denn überhaupt noch auf toll dann geht die chef gar nicht mehr auf als ob als ob okay so warte mal da machen wir eigentlich immer genau genau so dann packe ich die ganzen schablonen mal hier rein rein mal rein hin so so machen wir jetzt noch ein paar tschüss konnte man das so machen dass es sich alles gleichmäßig verteilt schneller wie ging das mit rechts halten mit rechts halten dann packe ich hier diese ganzen teile rein klappt ja klappt so diese ganzen schablonen von der smelterie hier reinpacken die habe ich nämlich auch schon geholt ja ausprobiert wie mache ich denn das hier in der mitte kann ich ja nur einherzchen bauen hier die eine seite mhm ja an der einen seite da an der mitte ist nämlich drei breit na oder du machst da öfen und so hin ja auch machen ja ich mach da Öfenband hin ja das ist eine gute idee die ganzen steine du hast in die steine reingepackt uah uah mich greift der rein ich bin tot als ob nein wo bist du zwei herzen schnell komm den turm hoch den turm hoch komm mal komm mal komm mal oh mein gott da oben war so ein looter ding geh nicht hoch geh nicht hoch geh nicht hoch ich baue hier zu alter das wäre es jetzt gewesen ich bin am man muss dazu sagen wir sind am vorproduzieren und ich darf nicht sterben leute das wäre eine absolute katastrophe wenn ich jetzt sterben würde weil ich in urlaub fahre und wir am vorproduzieren sind und ich nur noch heute zeit habe ich auch wo ist denn der looter ist sieht man den von hier ist denn der da oben gejoint da ist doch alles ausgeleuchtet im smeltery raum ich habe jetzt da erstmal so provisorisch zugemacht ich hoffe der kann dann nicht durch ja ey pass auf hier sind irgendwo skelette oder sind die unter uns die sind glaube ich unter uns ey wir hatten hier den baum abgeholzt ich brauchte was um schnell zuzubauen letztens ich hab da jetzt erstmal so provisorisch zugemacht ja okay ähm was soll ich jetzt machen dann pack ich die schablonen erstmal so ins lange bin ich total perplex weil du gerade nach Hilfe geschrien hast ähm weißt du zufällig wo die steine drin sind ähm hier sind so blöcke auf der seite sind alles blöcke und auf der seite sind alles items ich packe jetzt erstmal das was ich noch nicht eingeräumt habe hier mit rein jetzt damit mein inventar leer ist wie gesagt ich hab jetzt hier überall so einen koffeinkrafer hin was ist das? was ist was? was ist das? alter ich hör nichts ey hier atme etwas wie ein drache ohne witz ich hörs das ist das der rabe da oben? nein das ist nicht der rabe ey das ist direkt unter uns man ey ohne witz das ding hab ich im dungeon auch schon gehört olga hör auf mir angst zu machen ey das ist voll kacke man ich hör das voll das ist voll übel man immer mal mitem fünf punkten einset hätte ich hörっちゃ gar nix ey ja mach mal mach ma mach mal mach mal mach mal viecher an mach mal viecher lauter du hörst das genau wenn du hierolla feindliche ja das blubbert so ja komm mal hier hier hörste das atme richtig vor der türe ist auch was Da ist was vor der Tür, siehst du das? Das ist er, das ist ein Nightcaller Komm her, komm her Den kann man nicht angreifen Das ist das Vieh Der ist sogar rar Nein der ist drinnen, scheiße Was ist das? Macht, macht zu euch Wir dürfen nicht Scheiße Wenn der Dashi Blöcke kommt, kann der auch hier rein Lass zu Ey, haben wir hier irgendwo Wolle oder so? Ey das Vieh, das Vieh hat uns in der zweiten oder dritten Folge gekillt Wo ich so ähnlich gestorben bin, wo ich das nicht gesehen habe, das war das Vieh Zum Glück hatte ich Rüstung an, ne? Der konnte mich nicht one-hitten Haben wir hier irgendwo Wolle? Das willst du jetzt mit Wolle Ich will ein Bett bauen irgendwo, ich baue mich jetzt hoch und baue ein Bett, Alter Der kann locker durch die Decke kommen, Olk, fällt mir grad auf Aber ich mach jetzt die Decke jetzt Mach zu, mach die Decke zu Weiß drauf wie's grad aussieht, tut mir leid Leute Ich mach das jetzt einfach mal zu, ey, ich hab keinen Bock zu verrecken Ich hab auch noch so Kopfschmerzen, ey, ich leide grad richtig Aber du hörst das Atem? Ja, ja, ich hab's laut gemacht, ich mach aber wieder leise, das macht mich nervös Ja, ich hör den blubbern So, wir sind erstmal safe Der einzige sichere Ort ist das Lager So, ich baue Betten Hast du grad die Tür aufgemacht? Ja, ich bin hier dran an den Kisten Oh, ich dachte grad, ey Jetzt wissen wir auch, warum der oben reingekommen ist Der kommt rein, der kommt durch die Türen, ganz einfach Der hat gar keine Tür aufgemacht, die hab ich hier aufgemacht Die hab ich hier aufgemacht Okay Alter, jetzt kann ich gar nichts machen groß Ich fremd Kisten doch Ich fremd Kisten doch Ich fremd Kisten, ey, Öfen wollte ich bei der Bauern doch das kann ich machen Hier Penn mal Ich pass auf dich auf Penn mal Ja, aber wenn er ne Ne ist, kann ich nicht pennen Doch geht lol Als ob See, ob er dann weg ist Ne, der ist noch da Ich hör noch Lass' Nein, der ist noch da Wann kann man den denn nicht töten? Keine Ahnung. What the fuck? Ist der tot? Ich hab mal was gehittet. Mein Schwert ist weg. Nee, das hab ich, glaube ich. Hier, warte. Komm her, komm mal her. Stell dich mal vor mir. Du hast deinen Dingsanlass. Hier, doch, du hast es doch. Ja. Ich hab den aber gerade bei meinem Lumber-Expildet. Warte mal, geh weg. Vielleicht kannst du das nur... Komm mal. Eine Idee. Da stehen. Ich hab eine geilere Idee. Haben wir einen Bogen? Nee, wenn ich muss da einen bauen. Ich hab einen. Geh mal weg. Die sind unterhalb auf die Füße. Dun, 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 dun. What the fuck? Der wär's rar. Misset, ey. Hat er wenigstens eine Schaufel. Effizienz 2. Aber du hast doch gesagt, da oben war noch ein Looter, ne? Das war das Ding bestimmt. Das hat mich nur angegriffen und ich hab um mich geschlagen. Nee, das war der nicht. Sicher? Lass mal hochgehen. Okay, warte mal. Ich will doch mal, was mir Schaden macht. Mein Angriffsschaden. Der hat mich drei-, viermal gehittet. Das heißt, äh, also... Also meine Spitzhacke, meine Spitzhacke macht mehr Schaden als mein Schwert. Alles klar, ich nehm meine Spitzhacke nahen. Okay, halt Blöcke bereit. Nur zur Sicherheit. Ja, das Sneaken bringt eh nichts. Einfach laufen. Langsam. Halt. Ich lauf halt die, äh, ich lauf die Ecken halt aus. Das war 100 Brudders Teil. Looter hätte mich doch mit den paar Hits schon down gekriegt. Guck, das war das. Das war der. Aber ich hab doch zugebaut. Dann kann er durch Blöcke gehen. Ja, wahrscheinlich, weil der Radings war. Ja, dann geht man wieder runter. Ey, krass, Mann, ey. Dann raue ich jetzt meine Rucksäcke hier immer leer. Hoffentlich ohne, dass mir hier so, so, so einer an den Rücken fliegt. Wie so ein Bitch-Step nach. Du bist selbst am Tage nicht safe, weil das Vieh dich einfach mal angreift. Wo sie das letztens, ne? Letztens, äh, glaube ich, wie lang wir das Feld zu vergrößern, auf einmal kommt, äh, wir schlagen die ganze Zeit auf mich Blütze ein. Und, äh, Kinnennetze. Ja, ich gucke, ich gucke so. Wirklich in weiterer Entfernung mit Optifine hab ich einen, äh, Zombie gesehen. Den Legendären. Und der greift mich vom Weiten an, Alter. Ich dachte, ich werd nicht mehr. Hast du die Zeit im Auge? Ja, alles noch gut. Dein Minion. Achso, das ist dein, äh, Kevin, ne? Ja, mein neuer Kevin. Okay, sowas werde ich jetzt machen. Öfen, genau. Ähm. So, jetzt hab ich für die Smeltry erstmal alles oben. Komm schon mal runter. Was wär's jetzt gewesen, wenn ich direkt gestorben wär, ne? Ja, das wär's gewesen, ja. Ich hab hier drin alles ausgeleuchtet. In der Folge. Ja, hast du gerade gesehen, der ist ja... Ihr habt sogar oben die Rände, äh, ja. Ich seh den gar nicht. Hi. Hi. So, dann machen wir das so hier. Wart. Dann kommt's. Oh, fehlt einer. Ups. Da fehlt einer. Na, dann nehmen wir noch mal. Also könnte ich auch folgendes machen. Geht das trotzdem, wenn ich jetzt hier unten den Rost hinstelle? Ja, da kann man trotzdem drauf zugreifen. Das ist gut. Das ist doch gut. Ich mach mal hier oben noch einen Rost. Ich mach hier oben noch einen Rost. Bup. Bup. Bup, bup. Hier aufgesammelt. Ich hab einen. Ach, das ist ein Rost. Toll. Voll komisch, wenn ich das werfe. So, warte, Moment. Christina ist safe. Du bist safe. Ja, du hast mich angebunden. Ich kann nicht mehr weglaufen jetzt. So, ja, ähm, okay. Was ist da hin? Ach, Chess steht noch. Da irgendwo heu? Du hast gesagt, Dings haben wir hier drüben. Muss ich da alles noch verschriften? Ja. Pfiffedinger. Da. Ach, wegen, wegen, äh, was anhängen, ne? Mhm. Doch, jetzt. Echte, jede Menge, Mensch. Da können wir 2000 Kisten machen. Auf geht's hier. Hier sind aber noch 25 Kisten, Olg. Oh, jetzt ist es zu spät. Jetzt hab ich schon. Oh, wir haben so viele Kisten, Mann. Alle, ich hab da mit. Werf sie mir alle zu. Sind in der Kiste hier drin. Ich wusste, die Reste, ich will gerade noch eisertieren. Welche, welche, welche? Holzkiste. In der Holzkiste. Hier. Hier, 25 Kisten. Hä? So? Ach, hier. So unten. Okay. So, dann machen wir das so, dann machen wir das so. Und dann haben wir noch Kisten übrig. Und zwar 16. Ja. Ja, gut. Warte, mach mal das so. Olg, ich hab ein Eisenschwert von dir noch, was der eine dir eben da aus der Hand gerissen hat. Hat jetzt noch wieder sechs Angriffsschaden. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. So, dann machen wir das so. Okay, das passt so. Eigentlich kann ich das sowieso herlassen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Da habe ich wenigstens den Kontrast da oben drin. Doch, finde ich gut. So, das Bett bauen wir noch ab hier. Die drei Rucksäcke nehmen wir mit. So, okay. Oh, wir müssen Aufnahme. Stopp. Okay. Das mache ich noch alles raus. Das noch raus. Das ging's. Okay. So, dann gehen wir runter vom Server. Dann danke mal auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn du eine Bewertung da lassen würdest. Däumchen wären Träumchen. Dann sehen wir uns bei einer neuen Folge von Mindfaction 2. Bis dann. Euer Ulf und die Christina. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020